Do you love me? Ja, genau. In dem Song geht es hier. In diesem Song geht es darum. Do you love me? Gefällt es euch? Habt ihr eine gute Zeit? Ja! Super, wir auch. Wunderbar. So, Sacki. Do you love me? Ja, natürlich. Ich wollte gerade noch Werbung machen. Wer uns hier in Erfurt kennt, weiß, wo wir ab und zu mal spielen. Nämlich regelmäßig. Ja, wo denn? Das nächste... Jetzt kommt die Spannung. Im Nerli. In der Marktstraße Nummer 6. Am 12. Oktober könnt ihr uns das nächste Mal erleben. Am 13. Am 13. Seht ¡Gü cort現在! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020